Ach so, da ist was zu machen. Wow. Und jetzt? Einsetzen. Hä? Okay. Möchtest du gerade irgendwas? Wir müssen irgendeinen Teil finden, glaube ich, zum Einsetzen da drüben. Das hat's da, also. Pass auf, jetzt. Ah, du hast viel reingeklemmert. Ach so. Ah, ich hätte auch gerne eine Handgranate, weißt du das? Es gibt nichts geileres, als eine Handgranate. Ich würde es gerne in dieses blöde Rohr zu schießen. Oh, haben wir hier noch was? Ich fiege ja die Hand. Geh wir mal runter, oder? Erst, nee, warte mal, wir müssen hier erst mal umgucken hier. Ah, hier ist doch was drin, ja, genau. Was haben wir hier oben? Hier oben liegt auch noch was, Medipack. Was? Wollen wir erst an die Werkbank gehen, oder wollen wir die erst platt machen? Wollen wir die erst platt machen, würde ich sagen. Auf, 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 du drückst, komm. Ähm, ja. Einmal runter, bitte, Monsterkellen. Wir müssen irgendein Teil finden, da drüben müssen wir was einsetzen, hab ich gesehen. Warte, doch, bis wir da sind. Wieder was gefunden, was haben wir denn? Keine Ahnung. Aber das dritte Teil, das zweite, ein bisschen noch ein Teil finden, wie's ausschaut. Du, 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 du. Hier liegt Munition rum. Na, was ist da drin? Na, was ist da drin? Ah, Medipack, hier liegt viel rum, ey. Ja, hier liegt ein Haufen rum, mein Lieber, ein Haufen. Ah, was ist denn mit meiner... Geschlossen, geschlossen, was ist jetzt mit diesem verkackten Vieh, komm doch mal hier und lass dich umtreten, ey. Heu, um, das auch noch was. Okay, zutreten nur für Technik. Jawoll, hast du's alle da gefunden? Oh, oh, oh. In der Bank müssen wir jetzt zusammensetzen. Äh, dann können wir wieder hochzuholen, glaube ich. Alter, hier. Komm, 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 komm. Ja, nice, baby. Da ist der Putt. Wow, 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 wow. Du bleibst dir mal schön durch, Mann, wie war? Oh, 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 oh. Hör mal, I love it, Alter, I love it. Ja, so ist das geil. Du blöde Sau, hier. Ja, Schaffeln. Ah, ich bin voll, 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 voll. Warte mal, wie viel habe ich hier, ich denn noch? Ich habe noch zwei Plätze freihalten. Ho, 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 ho. Okay, los, wir können hoch, wir können hoch, wir müssen ja das blöde Schiff müssen wir ja reparieren. Das blöde Kackschiff da da drüben. Das 0,1 halt. Und jetzt zur Werkbank. Jo, Werkbank. Ab, Tür, Werkbank. Ab, Tür, Werkbank. Oh, ja. Remote Platine, Remote Funkkontrolle, Remote AS-Module, erstellen. Ja, stillen. Oh, Militärantrieb. Stasi-Hilfe. Und ein Super-Bott. Militärantrieb, ja, Stasi-Hilfe. Halbleiter, etc. MoMA-G, Reaktionen, Eaktionen, Reaktionen. Waffen-Upgrade. Wartfass. Wuh, alter Verwalter. Da hau dir auf den Lust, du. Okay, Waffenschläge, haben wir irgendwas zum Herstellen. So, was kann man denn... Okay, Waffen... Ähm, am besten nachladen und Feuerrate. Ähm, hier. Genau. Mit dir jetzt noch, damit ich da auch jetzt noch mal ein bisschen was machen kann. Äh, Feuerrate hinzufügen. Okay. Wolfram, hab ich kein hier. Schau, die. Wow. Hm, hm, okay. So, die hab ich, glaub ich, voll so wieder aus, das sieht, äh. So, dann glaub ich, hab ich, äh, fast alles. Woli muss ich noch losstecken. Woli, lauflos, lauflos. So, wir haben ein bisschen in Safe ein bisschen was reinschmeißen, wir haben wieder Platz kriegen. Ich könnte ihn raus, das bleibt drinnen, alles klar. Ich glaube, ich kann den Wohin dafür herstellen, oder? So, gut. Da war doch irgendwas. Waffen, nee. Nicht, nee, nee, nee. Nein, das wollte ich noch nicht. Waffen herstellen, neu. Okay, okay. Okay, ich hab ne neue Waffe. Mit Militärantrieb. Oh, ich hab ein Maschinengewehr. Das war schon cool. Ja, das hab ich aber auch. Aber das hab ich verkauft, ey. Ähm, ja, kompakter an. Blablabla. Jetzt die nicht Hilfe, Stasehilfe. Gut, das ist gut. Hm. Stasehilfe eingebaut, das haben wir hier. Ja, Standardrahmen, kompakter Standardrahmen. Okay. Tesla-Kern. Ja, ich weiß nicht, soll ich die jetzt austauschen? Zum Schneiden des insulierten Plasma-Brennstoffes abfeuert. Zum Schneiden, was haben wir hier? Stasehilfe. 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 nach mir so ich schieße und nur das ist das ist sehr merkwürdig einmal ich muss danken gehen wir müssen danken gehen ja ja warte warte ich muss ja erstmal meine waffe nicht gebaut am umbau weil ich die schon habe ich bin jetzt noch mal gebaut die heilige ich könnte auch ein paar waffen zu legen ja ich höre auf jetzt reich ein bisschen was vom spiel zeigen okay ich habe den sauber gehört oder was du dinosaurier du alter dinosaurier du komm mal mit ich habe eine mp also eine kleine man kann ihn nicht schön genau knack 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 der sieht seinen ollie raus sein ollie er setzt sein ollie raus der virus setzt sein ollie raus na virus wie schaut das immer ich habe schon mal drüben eingesetzt oh energie trinken der energie trinkt energie trinkt die virus der kommt und verflenkt ok wir müssen irgendwo rechts ach du die tür ok einmal danken die gehen einmal danken bitte ok gibt es irgendetwas nö schade haben wir eigentlich nicht mal die röhre hochklettern meine nebenfreunde haben wir eigentlich nicht mal irgendwelche texten oder sowas übersehen oh 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 ich höre was ok ich komme mal hoch zu dir ich kraxel mal hinterher bevor der virus jeden scheiß baut plötzlich überall fehl we jot das wie lab tepp in virus aaaaa just watch ich hab dich kurz mal nein 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 Ah, der ist tot, der ist tot, Mensch. Na ja. Na du? Ja, dann schießt er alleine. Dann mach alles alleine. Ähm, nö, danke. Ich schacke nix, dass da wer kommt. Ah, hinter mir! Mama! Hilf dir doch mal! Ich helfe dir ja schon. Ja, ja, du wirst schon schaffen. Du wirst schon schaffen. Du wirst schon schaffen, meine Liebe. Der ist tot. Ja, ist tot. Da muss echt, einer muss nach hinten. Der ist tot, mein Lieber. Du müsstest das besser koordinieren, Keule. Sonst funktioniert das nicht. Ja, nach vorne, einer hinten. Ja, müsstest du mal gucken, wenn zwei Wege sind. Dass einer in einem Rückendeckung gibt und der eine, du schießt nach vorne. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Okay, ich kastel mal runter zum Danken, glaube ich. Hoffe ich. Vermutig. Hey, hier ist irgendwas. Oh, ein Abgrenzverletinie. Schade. Warum kannst du ja deine? Rechts ist da, hast du ja schon rausgeholt da? Jo, da, die, umgekehrt, da, da, hier genau. So. Wo muss ich? Da ist nix drin. Ah, dann hast du's wahrscheinlich schon auch mit aufgesucht. Ja, ich glaube. Oh, oh, falsche Richtung. Ich muss hoch. Ich hab nicht geschaut, wo ich hin muss. Wenn dir jetzt einfach mal hinterher geladen hat, wie so ein blinder Huh. Ja. Gut, wenn man blind ist. Ein bisschen. So. Tata, 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 tata. So, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich links. Ach so, wir müssen den Lastenaufzug runter. Na, wir raus, komm. Lastenaufzug. Auf den Lastenaufzug hoch geht's. Und wir dürfen einen Launchy füllen. Danke, Islia. Hallöchen. Warte, 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 warte. Möchtest du mich verarschen? So. Oh, meine Güte. Meine, meine Güte. Oh, Feuerrate plus Schaden. Läuft bei uns. Da drüben sind noch ein paar Kisten, bevor man da rüber geht. Na, schau. Kisten, 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 Kisten. Erster Kisten, stampfen. Nicht runterschmeißen. Außer ein Wischmob, ey. Äh. Okay. Äh, wir sollten nicht runter, wir sollten erst da drüben das Zeugs aktivieren, oder? Kann man ein Schallpult oder so? Ja, ich bin schon mal. Sicher ein Schallpult, oder? Ja. Warte auf Partner. Warte auf. Ja. Pack dich nicht. Also, Isak. Er läuft, er läuft. Isak packt sich fest. Läuft bei den? Läuft bei den. Und jetzt? Äh. Okay. Drücken sie. Warte mal. Um Details anzuschauen. Hä? Ähm. Müssen wir jetzt irgendwas machen? Macht auf Dings anbringen. Die muss irgendwie nach unten. Das heißt, du hast ja da hinten noch so ein Schalter, wo der gerade gewesen ist. Bist bei den Kisten. Ja. Lass mal gucken. Okay, ich glaub mal gucken. Lass mal gucken. Ich glaub, das ist... Hier vorne ist das. Alter, Isak. Heißt die zusammen. Alter, der marschiert ja schon automatisch. Dann guckt er das an. Alter. Manuelle, manuelle Verbindung. Hey, da oben ist Stase. Alter, guck mal oben ist ein Pfeil. Zieh mal runter. Ah, okay. Ah, ist okay. Ja. Ist jetzt unten? Okay. Abgeschlossen. Und jetzt? Im Gebrauch. Ah, jetzt kommen die Monster. Alter, bei mir lag's, ey. Ich hab's gar nicht. Verdammte, kacke. Bist schon hoch. Er ist weg. Alter, schweige. Alter, schweige. Alter, schweige. War das zu spät, um Stase zu drücken? Stoff. Was da bist du? Ah, hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Alter, ich drücke, wenn du mir im Weg stehst. Komm mal da weg, Alter. Ja, mach das schon. Okay. Läuft bei uns. Und jetzt? Hammer hart, ey. Wird halten. Wird gehalten. Ach so, du musst halten. Mal mit mir. Halten, halten, halten. Komm. I drücken. Perfekt. Okay. In Deckung gehen soll man. Ah, wir müssen aber hierbleiben. Äh. Du hast was? Ich hatte einen Schaden. Wo müssen wir hin? Ach, weg hier. Ganz einfach, weg hier. Mach mal ein Lift an. Wir müssen hier laufen, glaube ich. Wir haben jetzt ein Zeitländer. Ja, Superbot ist jetzt mal scheißegal. Okay. 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 Okay, wir müssen rechts. Kannst du da mal rufen? Brauchst gar nichts machen. Ich gehe von alleine kaputt. Äh. Okay, weg da. Wir müssen dann mit Stase durch. Lauf, Virus. Lauf. Ich muss warten jetzt. Okay. Komm, Virus. Lauf, 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 Lauf. Ich wollte das einfach kurz lösen. Oh, 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 oh. Ja, Virus zurück. Zurück, Virus. Du solltest unbedingt mal Puh drucken. Und Lauf. Lauf, Virus. Jetzt, komm. Jetzt, 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 jetzt. Um die Ecke. Äh. Isaac. Ich möchte mich fragen. Scheiße. Jetzt, 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 jetzt. Muss ich da runter? Müssen wir da runter? Ja, komm runter, komm runter. Ah. Alter Schwede. Was ist denn los? Isaac. Pack nicht rum, ey. Isaac. Oh. B. Okay. Komm auf, jetzt, mach doch mal hin. Gut, dass du wen rufst. Ah. Nein, Mama, schnell. Komm, 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 komm. Weg, weg, weg hier. Los, los, los. Hoch. Scheiße, Isaac. Pack nicht rum. Alter, Isaac packt bei mir voll Arsch. Alter, Mama. Ich glaube, wir sollten bald ja auch da bebilden. Alter, Isaac packt bei mir. Ich bin so mal Nutte, ey. Die Waldfee. Los, wir müssen alle haben. Komm schon, komm schon. Ah. Lass den mal brutzeln da ein bisschen. Ähm. Ich? Oh ja, wir müssen links über... Wir müssen links? Ah. Ach du Fahne? Äh. Äh, Virus brutzelst du gerade? Ja, ja, ja. Bis jetzt, bis jetzt, bis jetzt. Bis jetzt, bis jetzt. Bis jetzt.